Ein wunderschönes Hallo und Willkommen bei die Destiny Beta wieder, wo wir jetzt die nächste Mission machen, das dunkle Innere. Ja, fangen wir gleich mal an, ne? Aha. Doch, vorne müssen wir erstmal hin. Oh. Da wollte ich gar nicht runter. Oh, defuck. So, hab ich dich. Oh, ich kann gleiten. Ist die neue Fähigkeit. Dann schießt ihr auf mich. Was fällt dir ein, bitte? Oh, da komme ich nicht hoch. Doch, ich komme hoch. Aha. Was ist da? Da ganz hinten irgendwo? Ah, ich habe mein Fahrzeug noch nicht. Man kriegt ja später noch ein Fahrzeug. Da muss es hier ganz wunderbar gewesen sein. Tausende Menschen gingen an Bord der Kolonieschiffe, um neue Städte zu gründen. Und jetzt holen sich die Gefallenen die Reste. Äh. Bin ich nicht hochgekommen. Oh. Da. Ich habe immer noch meine doofe Shotgun. Das Gebäude mit dem Radar. Das ist die Himmelswacht. Was ist da hinten? Oh mein Gott. Überall Feinde. Ja, kurz vor dem Stein abgeschmiert. Ah, die interessieren mich erstmal nicht. Ich muss... Ui, eine Höhle. Aber kein versteckter Schatz drin. Ui, da ist jemand... ...bewusstlos. Den hätte man wieder beleben können. Ui, da kam ich schon spät. Ui, das Gleiten ist scheiße. Da habe ich lieber meinen Doppelsprung. Oder ich komme mit dem Gleiten nicht klar. Na ja. Da, 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 da. So, hier oben müssen wir... ...rein. Und da sind böse Leute. Wutte. Scope. Ja, hier sind wir richtig. Wäre mal nett, wenn ich endlich mal einen Sniper finden würde. Das war eine alte Anlage der Himmelswacht... ...die mit den Mondkolonien verbunden war. Äh. Wenn ich jetzt tot bin, bin ich jetzt vom Kontrollpunkt weiter. Muss ich aufpassen. Sackgasse. Die Gefallenen haben das Tor verriegelt. Aber ich kriege es auf. Okay. Iiiiih. Was ist das denn? Was ist das? Viel Bewegung voraus. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Das gefällt mir gar nicht. Alles so dunkel. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Die Schar. Hau ihn ab! What the fuck? Alter! 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 Das ist doch krank! Alter! Warum kam ich nicht mehr zurück? Alter! Alter! Saggasse! Die Gefallenen haben das Tor! Okay, ich glaube, da muss ich meine MG nehmen. Aber ich kriege es auf. Oder die Granate aufheben. Also das war ihm krank. Da habe ich mich aber auch verhangen. Das ist glaube ich die andere Rasse, die total eklig ist. Was ist das? Wo habe ich mich bitte verhangen? Ich bin rückwärts gelaufen. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ha. Alter! Alter! Verpisst euch! Oh, ich habe eine Brust gefunden. Hä? Haben die Angst vor Licht? Haha! Komm doch her! Boah! Ich sehe, der schießt! Blödes ist der Bereich, dass man nicht, hier kann man nicht wieder spawnen. Da kann man nur spawnen, wenn noch ein Kollege lebt, aber ich bin alleine. Na, da lebt doch noch einer. Muss das so dunkel sein? Oh mein Gott, da lebt doch noch irgendwas. Ich habe nur noch eine Shotgun. Ich habe eine Waffe bekommen. eine Shotgun. Hier ist deine Hexe. Wenn du irgendwas in der Luft schweben siehst, musst du es abschließen. Ah, hm? Wie soll ich denn das bitte machen? Ihr seid doch nicht ganz dicht. Ich bin alleine, Mann. Ich bin ganz alleine, dann soll ich das machen, hm? Oh, ich habe einen Sniper zum Umtauschen gefunden. Ah, meine Granate ist noch nicht fertig. Oh. Könnt ihr auch mal weg bleiben? Oh, die verliert doch ziemlich schnell Leben. What the fuck? Fehler. Ach so. Ja, die Beta hatten also ein paar Mega-Schwächen. Das schöne ist, das können wir jetzt alles nochmal machen. Huhu. Ist das nicht schön? Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das behalten haben, was wir da gefunden haben. Ja, das hat man auf jeden Fall behalten. Aber man muss wieder bis da spielen. Was mega beschissen ist, finde ich. Ah, ich hatte diese blöde Hexe da fast. Dann bin ich schon eben mal da, ich storbe. Dann wollte ich das besser machen. Nein. Oh, ich habe eine neue Knarre. Sehr schön. So, dann versuche ich gleich durchzurennen, dass wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ja, ich glaube das dunkle, ja das dunkle Innere hatten wir. So, auf ein neues. Dafür ist es ja eine Beta, dass noch Fehler passieren können. Hoffentlich ist es im Pferd den Spiel dann nicht so. Berichten zufolge haben die Gefallenen im Kosmodrom die alte Himmelswacht besetzt. Vielleicht ist einer ihrer Anführer da oder etwas Wertvolles. Der Sprecher bittet die Hüter sich das anzusehen. Loll. Loll, man macht hier weiter. Geil. Also das ist gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, ich muss den ganzen Weg nochmal machen. Hey, da haben die mal mitgedacht. Hier soll wohl wirklich niemand reinkommen. Oder raus. So, dann auf ein neues. So, das Stückchen hier vorne kennen wir. Was ist das? Viel Bewegung voraus. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Das kann nicht sein. Ah, die war nicht so gut. Hau doch mal ab. Hau doch mal ab. Der hat auf mich gehört. Oh, kommt her. Da hattet letztend auch schon so viele. Ich bin mir auch nicht so sicher. Oh, die hat wieder was fallen lassen. Schuhe gefunden zum umtauschen. Da gibt es nicht in der Stadt ein Händler. Der tauscht diese ganzen Dinge an Gegenstände um. Hier ist eine Hexe. Ja. Wenn du irgendwas in der Luft schweben siehst, musst du es abschießen. Müssen wir erstmal den Bereich hier säubern. Na jetzt kommt. Weg mit euch. Alles schön immer auf dem Kopf. Die Hexe ist hier. Die Hexe ist hier. Die Hexe. Die Hexe ist hier. Die Hexe. Die Hexe. Ich glaube die Hexe ist tot. Und ich bin aufgestiegen. Was? Das war die Mission? Die Hexe. Das war die Mission? Und Upgrade Time. Ich dachte, wir hätten die Schar dort unter Kontrolle. Die Dunkelheit würde viel. Mission abgeschlossen. Hä? Ok. Da komme ich nicht hoch. So komme ich hoch. Eine Kiste. Oh Mann. Muss ich mir merken, da stand eine Kiste. kiste zwei gegenstände bekommen so das war jetzt die dritte mission soweit ich weiß und immer gleich mal gucken die hatten wir das ist die vierte und das ist eine sehr ekelhafte mission kann ja schon mal anklicken ich würde ja auch wieder für schwer gehen aber die machen wie so so hier mache ich schluss und die nächste mission sehen wir uns im nächsten part an ja dann hat er rein bis zum nächsten mal ne ciao leute